Guten Abend meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreundinnen und Boxsportfreunde. Auf dem Programm jetzt der Ausscheidungskampf um das Recht, den Schwergewichtsweltmeister der World Boxing Association herauszufordern. Der Kampf ist angesetzt auf zwölf Runden. Ich rufe in den Ring aus den Vereinigten Staaten von Amerika, John Rewis. Ladies and Gentlemen, now the story leader of the street from Puerto Rico. Wir Benutton Das war's für heute. Aus den USA, John Ruiz. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie den internationalen Champion der BBA im Schwergewicht aus Hamburg, Ruslan Chagayev. Und nun, meine Damen und Herren, grüßen Sie den internationalen Champion. Und nun, meine Damen und Herren, grüßen Sie den internationalen Champion. Aus Hamburg, Ruslan Chagayev. Ich möchte Ihnen die Kontrahenten vorstellen. In der blauen Ecke. Er ist 34 Jahre alt. Sein offizielles Kampfgewicht 108,0 Kilo. Er ist 1,88 Meter groß. Sein Kampfrekord 49 Kämpfe, 41 Siege, davon 28 durch K.O. In seiner Ecke, sein Bruder Eddie Ruiz, Manny Sciarca Junior, Keith McGrath, sowie sein Trainer Manny Sciarca Senior. Aus den USA, der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht, The Quiet Man, John Ruiz. In der roten Ecke. Er ist 28 Jahre alt und brachte beim gestigen Wiegen 104,0 Kilogramm auf die Waage bei einer Größe von 1,85 Meter. Sein Kampfrekord, 22 Kämpfe, 21 Siege, davon 17 durch K.O. In seiner Ecke, Volker Grill, Arthur Gregorian, Christoph Busch, sowie sein Trainer Michael Timm. Aus Hamburg, der internationale Meister der WBA im Schwergewicht, Ruslan Chagayev. Ringrichter des Kampfes ist Derek Mellum aus Australien. Die Punktrichter. Stanley Christodolu aus Südafrika. Jesus Kowa aus der Dominikanischen Republik. Und Pinnett Pryatap aus Thailand. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich jetzt von Ihren Plätzen für die Nationalhymnen. Musik 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 Applaus Applaus